Hallo, willkommen hier im Hamburger Stadtpark bei den Lagerfeuerakustikkonzerten von Johannes Oerdingen. Wir sind alle überglücklich in so einer schwierigen Zeit überhaupt spielen zu dürfen. Das ganze hat so einen akustischen Touch bekommen, daher mussten wir auch den Drum Sound komplett umstellen. Eigentlich bin ich Clear-Fell-Liebhaber, jetzt sind wir aber auf Coated-Fälle gegangen, um das ganze ein bisschen runder, weicher und wärmer zu kriegen. Wir fahren normalerweise in dem großen Arena-Setup eigentlich ein komplettes Emperor-Clear-Kit oben. Nach vielen experimentieren sind wir quasi in der Konstellation gelernt, dass wir uns für den Ambassador-Vintage-Coated oben entschieden haben und für ein normales Ambassador-Coated unten. Hintergrund ist eigentlich der, dass wir einfach aus der ganzen Testserie gesagt haben, dass das so quasi genau dieses Mittelmaß darstellt zwischen dem Emperor-Coated oben, was da tatsächlich ein bisschen zu wuchtig geklungen hat in dem Moment. Auf der Snare, ein CS, das funktioniert einfach immer, P3-Coated auf der Bassdrum. Teil 3 Das war das so ganz schön. Teil 5 Teil 5 Teil 5 Teil 6 Teil 5 Teil 1 Teil 6